Am Samstag findet ein ganz besonderen Tag hier im Golfclub Lüttesburg statt. Heute habe ich die Michelle mit mir vom Golfoffice. Und Michelle wird uns ein bisschen von dem Tag der offenen Tür erzählen. Ja, am Samstag, den 14.05. findet er statt von 11 bis 17 Uhr. Wo treffen wir uns? Wir treffen uns eigentlich direkt vom Golfoffice. Dort können Sie sich an unseren Pavillon anmelden und können dann direkt zum Schnupperkurs gehen. Oder zu unserem Longest Drive Contest oder Nearest to the Pin Contest. Oh, das sind viele Dinge. Schnupperkurs, gibt es mehrere Kurse? Es gibt mehrere Kurse, die finden um 12, um 14 Uhr und um 16 Uhr statt. Dort können Sie das erste Mal einen langen Ball schlagen, einen kurzen Ball schlagen. Man wird Ihnen also zeigen, wie Golf funktioniert. Und du hast von Wettbewerben erzählt? Ja, genau. Der Longest Drive Contest ist ein Wettbewerb für Mitglieder und auch Interessenten. Also ich als Anfänger kann auch da was gewinnen, auch wenn ich noch nie Golf gespielt habe? Kann man auch. Okay. Man kann auch mit fünf Metern gewinnen. Und der Nearest to the Pin Content ist dann halt, wer am nächsten ans Loch schlägt. Auch da für Mitglieder und Interessenten getrennt. Und jeder kann eigentlich gewinnen. Und wie viele Preise gibt es zu gewinnen? Also für diese Contests gibt es jeweils einen Platzreife-Kurs für unsere Interessenten zu gewinnen. Und unsere Mitglieder kriegen auch einen kleinen Preis. Sehr schön. So, ich glaube drei Platzreife-Kurse kann man gewinnen. Man kann sogar insgesamt sechs Platzreife-Kurse gewinnen an dem Tag. Einfach für unsere Contests, für das Gewinnspiel. Schätzen Sie, wie viele Pitchgabeln im Korb liegen. Ach so. Und bei unserem Members-and-Friends-Turnier gibt es auch noch Platzreife-Kurse zu gewinnen. Und was für Festivitäten gibt es? Wir haben ein bisschen Musik auf der Range. Wir werden Bratwurst verkaufen. Und für die Kinder gibt es eine Kinder-Olympiade. Prima. Es hört sich wirklich, wirklich gut an. Und wir beide und alle hier im Golfclub Lützburg freuen uns sehr, dich sehr bald kennenzulernen. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.